Die wunderbaren Frauen da draußen. Lotz geht's mit unserem 10 Minuten Training heute. 10 Minuten gehen immer sehr schnell rum. Wir gehen in den Squat tief und gehen immer wieder mit einem Bein zur Seite. Mit der Fußspitze einfach antippen nach vorne und los gehen die 10 Minuten. Hab Spaß dabei. Denke nicht, dass es anstrengend wird. Denk einfach, es wird jetzt Spaß machen, etwas für mich zu tun, etwas für meinen Körper zu tun. Wenn du kleine Kinder hast, mach ihnen einfach ihre Kindermusik an und lass sie mit dir durch die Gegend springen. Falls sie dich zwischendurch stören, ist es nicht schlimm, dessen Kinder guck, dass du einfach so viel mitmachst, wie du kannst. Und wenn es einfach nicht mehr geht, weil ein Kind schreit, dann ist es auch nicht schlimm. Dann trägst du dein Kind und kümmest dich um dein Baby. Wir gehen jetzt mit unseren Füßen einfach schön zur Seite. Was ich jetzt so in Ruhe trainieren kann, hat auch einige Jahre gedauert, bis die Kinder etwas älter geworden sind, dass ich mal endlich mal Zeit für mich habe, um richtig zu trainieren. Deshalb will ich alle da draußen motivieren. Auch wenn du meinst, die Kinder sind noch klein, geht nicht, es geht immer. Und für diejenigen, die arbeiten, 10 Minuten kannst du morgens machen. Du kannst früher aufstehen und 10 Minuten etwas für dich tun. Das Gute ist, du kannst ein bisschen Stress abbauen, du kannst Aggressionen abbauen, dabei deine Lieblingsmusik hören. Und glaub mir, du wirst gut gelaunt und richtig frisch auf die Arbeit gehen. So, jetzt machen wir unsere Squats. Und zwar gehen wir die Beine ganz schön etwas breiter stellen. Wir gehen auf die Fußspitzen nach oben. Jetzt gehen wir hoch, das ist wie die Wade. Und dann wieder tief gehen und guck, dass du so tief gehst, wie es nur geht. Und nach hinten setzen, Bauch ist auf jeden Fall fest. Und das machen wir jetzt noch einige Sekunden. Der nennt sich auch Pilet Squat. Einfach tief gehen, wie beim Ballett, dieses Pilet. Ich weiß nicht, wer von euch beim Ballett war. Ich war, wir haben ein paar Monate noch im Ballett als kleines Kind, dann doch nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr hatte. Tief gehen und hoch auf die Fußspitzen. Wir sind hier auch gleich durch. Schön tief gehen. Super Übung, das merkst du immer an den Beinen am nächsten Tag. Und im Popo. Tief und wieder hoch kommen. Konzentriert bleiben und auch auf das Atmen achten. Das ist immer ganz wichtig. Durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen. Kurze Pause. Und dann geht es weiter im Stehen. Machen wir heute ganz viel im Stehen. Und zwar springen wir immer zur Seite. Es sieht jetzt vielleicht ein bisschen blöd aus, aber du springst zur Seite. Und das war es. Ganz einfache Übung. Aber irgendwann merkst du, dass du außer Atem bist. Einfach zur Seite springen. Mit den Armen ist egal, wohin. Ich werde immer wieder gefragt, wo soll ich denn die Arme vorne, hinten. Ist egal, du kannst die hinten lassen. Du kannst sie da vorne lassen. Da, wo es dir am gemütlichsten ist, da lässt du auch die Arme. Hier ist der Fokus auf den Beinen, dass sie immer schön zur Seite gehen. Und dass du einfach genug atmest. Das tief ein- und ausatmen. Konzentriere dich lieber darauf und vergiss die Arme. Die Arme werden schon irgendwann von alleine dahin gehen, wo sie hinwollen. Wichtig ist, dass du schön zur Seite gehst und dabei tief ein- und ausatmest. Und kurze Pause. Wir lockern jetzt unsere Beine. Trink immer wieder zwischendurch, wenn du Durst hast. Bei mir ist die Heizung an, weil es draußen so kalt ist. Und da trocknet mein Hals extrem aus. Ich kriege dann immer extrem Durst. Wir stellen uns jetzt hin und werden gleich ein Bein nach hinten strecken. Und entgegengesetzt dazu die Arme nach vorne. Eine ganz einfache Übung. Einfach das Bein nach hinten strecken. Gute Übung für Po und Beine. Und zieh das Bein schön nach hinten. Genau so. Hochziehen. Hochziehen. Weil so muss jetzt die Po-Mustren schön mitarbeiten. Die Arme kannst du lieber mal direkt wieder nach vorne. Oder auf die Hüften. Für mich ist es immer gemütlicher auf die Hüften. Und zieh das Bein nach hinten. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Konzentriert bleiben und das Bein immer wieder nach hinten ziehen. Ein letztes Mal noch. Und dann wechseln wir das Bein. Kurz lockern. Und dann geht es auch weiter auf der anderen Seite. Es ist ein ganz gemütliches Training. Aber effektiv. Wieder das Bein einfach nach hinten ziehen. Du kannst schauen, dass du deine Hände nach vorne nimmst. Wenn du da das Gleichgewicht halten möchtest. Und schön immer die Ferse nach hinten ziehen. Die letzte zwei Mal noch. Einmal. Und locker die Beine. Dann gehen wir jetzt gleich in den Skater. Wir werden jetzt richtige Skater. Und zwar Hände hinter dem Kopf. Jetzt habe ich einen kleinen Krampf. Und tief gehen. Und wir werden jetzt einfach wieder einfach zur Seite. Immer wieder mit den Beinen zur Seite springen. Guck, dass du deinen Rhythmus findest. Und dann einfach zur Seite springen. Hände hinter dem Kopf. Das schult übrigens deine Ausdauer. Guck wieder, dass du auf deinen Atem achtest. Und Mädels, diese Übungen, die ich euch zeige. Das sind Übungen aus einem Programm für Models. Die das mit ihrem Fitnesstrainer regelmäßig machen. Du kannst dieses Training natürlich auch ein zweites Mal durchgehen. Wenn du die 10 Minuten durch hast. Und du merkst, okay, ganz so gefordert bin ich heute nicht worden. Dann mach das noch ein zweites Mal. Das kannst du 20 Minuten machen. 30 Minuten. Also auch drei Durchgänge. Und du wirst Effekte sehen. Du wirst auf jeden Fall Ergebnisse sehen. Aber es reicht auch nur dieses eine Mal, diese 10 Minuten. Wir haben jetzt hier den letzten sieben Mal noch. Sechs. Du kannst mit den Händen machen, was du willst. Hauptsache du hast deinen Spaß. Wir haben jetzt hier noch knapp 4 Minuten. So, kurze Pause. Und dann machen wir jetzt etwas für unseren Rücken. Ich fange an zu schwitzen. Ich habe so viele Sachen an. Ich bin so eine Friermaus. Ich habe hier zwei Hosen an. Und dann noch zwei Oberteile an. Und deswegen geht mir immer noch schneller warm. Aber ist okay. Ich will dir keine nackte Haut zeigen. Deswegen ziehe ich es auch oft doppelt an. Wenn das T-Shirt hochgeht, ich da keinen nackten Rücken oder so zeige. Weil ich das einfach nicht mag. Jetzt Hüftbreit stehen. Und wir gehen mit dem Oberkörper gerade nach vorne. Schau dir meinen Rücken an. Der ist gerade. Dabei ziehst du die Arme wie ein Schmetterling zur Seite, sodass die Schulterblätter zusammenkommen. Und kommst wieder hoch. Tief gehen, Flügelschlag machen und nach oben kommen. Super Übung für den Rücken. Und komm wieder nach oben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ein letztes Mal noch und dann kannst du dich jetzt schön lockern, komm langsam nach oben, die Schultern ein bisschen lockern, die Beine lockern und wir machen jetzt hier was für unsere Beine. Dann werden wir springen, so jetzt hüftbreit stehen und dann werden wir einfach mit den Beinen zusammen und auseinanderspringen. Ganz breit auseinander, tief gehen dabei und wenn wir hochkommen, wieder zusammen nehmen die Füße. Ganz einfache Übung, wird aber auch mit der Zeit anstrengend, umso länger du das jetzt machst. Dranbleiben, schön tief gehen dabei, hochspringen, tief gehen und hochspringen. Bleib in diesem Rhythmus, wir machen noch wenige Sekunden. Denk an die Zeit, schau dir die Zeit an, wir sind bald durch. Deswegen durchhalten, dranbleiben. Komm, noch wenige Sekunden, paar Mal noch. Tief gehen und nach oben springen. Komm, noch ein letztes Mal und wir lösen, wir lockern uns, trink was, wenn du Durst hast. An dem Tag bin ich wirklich ausgetrocknet mit den ganzen Sachen, die ich anhabe und dann noch die Heizung an. Aber wir haben noch eine Minute und dann sind wir fertig. Hals ist sehr, sehr trocken, ja, ja, aber weitermachen. Wir lassen uns jetzt hier nicht irgendwie ablenken. Wir gehen jetzt wieder tief mit dem Po, aber wir machen jetzt immer seitlich, ja. Wir gehen schön tief zur Seite und hochkommen. Wir bearbeiten nur ein Bein, dann das andere und dann bist du für heute wirklich durch mit dem Training. Schön tief gehen und immer wieder nur das eine Bein und wir kommen nach oben. Du musst nicht viel nachdenken, einfach nur machen. Weil wenn wir anfangen viel nachzudenken, kommen die ganzen Ausreden und die eigentlich müde und eigentlich, keine Ahnung, weitermachen. Wir haben noch 35 Sekunden und dann hast du dein 10 Minuten Training für heute richtig schön durch und kannst stolz auf dich sein. So, ein bisschen Quatsch muss auch sein und jetzt die andere Seite. Einfach durchziehen, schön tief gehen. Ich schaue immer wieder zur Uhr vorne. Wir haben nur noch wenige Sekunden. Komm, schön tief gehen immer wieder dabei. Zur Seite, tief und hochkommen. Langsam tief ein- und ausatmen. Und du hast es geschafft. Wir machen es noch zweimal. Komm, noch einmal einfach nach tief gehen nach unten. Ein letztes Mal. Und du hast es für heute geschafft. Sei stolz auf dich. Lass mir einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch zusammen. Bis zum nächsten Mal.